So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicker in der neuen Infofolge Pokémon GO, denn heute 10 Uhr startet das Paldea-Event, wo manche schon wieder gesagt haben, was ist da denn los, wir haben da noch nicht mal alle Alola-Sachen, wir haben nicht mal alle Gala-Sachen, was machen die denn jetzt Paldea-Sachen da rein, da blickst du doch gar nicht mehr durch. Ich finde es eigentlich cool, weil man hat die Games vielleicht zuletzt gezockt, habe sie in Purpur und sich mit seinem Stader angefreundet und jetzt kommen die dann direkt ins Spiel da rein, das ist auf jeden Fall richtig nice, es gibt direkt eine Forschung, wo man seinen eigenen Stader auswählt, mit dem ein bisschen die Welt erkundet und eine Bindung zu dem aufbaut, das finde ich cool. Es gibt aber nicht nur das Event, was heute startet, es gibt auch das Event, was am Sonntag startet, was nochmal zu dem Event, was heute startet, eins drauf setzt, eine Erweiterung ist und im Prinzip dieser Hyper-Bonus, der ja immer nach dem Go-Fest ist, statt finden tut, macht. Also dann, kurz zur Auffrischung, was uns eigentlich ab heute erwartet, ist das Debüt von den Startern, ist das Debüt von Fercouli, auch als Shiny, da könnt ihr jagen, die Icognito-Buchstaben Paldea erscheinen in Raids, dann kriegen wir halt hier vierfach EP, vierfach Staub, ab heute 10 Uhr fürs Fangen, fürs Machen, fürs Tun, bestimmte Pokémon sind hier häufiger, also haben eine erhöhte Shiny-Rate, diese Spezialforschung, reichlich Abenteuer, wird freigeschalten ab 10 Uhr, wo ihr einen Starter auswählt und den erforscht. Ansonsten, Raid-Kämpfe, ja, Tatonado ist drin, Metagross, Kamerub, Maromai, wir haben immer noch Kargoron und Katagami, beziehungsweise wir haben Katagami, ab 8. September haben wir dann Kargoron, Mega-Voltensor ist noch in den Raids, die Eier und den Rest sparen wir uns jetzt mal so. Das ist das, was heute ab 10 Uhr ist, wozu wir schon ein Video gemacht haben, manche werden sich da die Icognito-Buchstaben noch sichern, die die verpasst haben, die meisten werden auf Starter-Jagd gehen, sich da ihren Lieblings-Starter zusammen farmen, entwickeln, ein gutes Exemplar sichern, tauschen, Lucky Decks füllen, da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun, neues Shiny farmen. Was ist jetzt aber der Hyper-Bonus, der ab Sonntag dazukommt? Hyper-Bonus Paldea. Das Abenteuer geht mit weiteren Pokémon aus der Paldea-Region weiter und ich sehe hier nicht nur 1, ich sehe nicht nur 2, ich sehe 3 mindestens, die neu dazukommen. Nicht heute, erst am Sonntag, erst ab 10. von 5. bis 10. das 1. und von 10. bis 15. das 2. was wie eine Ergänzung aber zu dem anderen wirkt. Hyper-Bonus Paldea, folgende Pokémon-Debüts von Sonntag den 10. September 10 Uhr bis Freitag den 15. September 20 Uhr. Ihr seht, Mick Rick und Lextremo feiern ihr Debüt, die werden noch hinzugefügt, genauso wie Pamo, Pamamo und Pamomamo und das fand ich jetzt, sie kennen es ja, das war mein Julchen im Spiel, aber ich dachte, wenn das eine Pamo heißt und das andere Pamamo heißt das nächste Pamamamo, also dann ist immer nur ein Pam-Pam mehr, aber nee, es heißt ja dann Pamamo, also das ist total kompliziert, wie soll man sich das denn merken, aber ihr wisst das bestimmt alles. Adeboom ist dann auch dabei, wird hier als Shiny aufgelistet, das war ja einer von diesen Göttern, die wir besiegen mussten. Adeboom klingt für mich wie bei Street Fighter, Adeboom, wo die dann immer so ihre Teile verschießen, ist wieder anders und worauf sich die meisten aber freuen, hier dieser Frospino. Wer wissen will, wie man die entwickelt, ist ein kleiner Text dabei, ihr braucht 50 Bonbons, um Mick Rick zu Lextremo zu entwickeln, 25 von Pamo zu Pamamo und dann müsst ihr 25 Kilometer laufen, um Pamamo zu Pamomamo zu entwickeln. Und zusätzlich noch 100 Bonbons, das ist natürlich klar, also hier ist wieder eine, geh mit deinem Kumpel auf ein Abenteuer-Feature dabei, 25 Kilometer laufen, um das zu entwickeln, das ist schon krass, also so viel hat man glaube ich noch nicht. Und, Adeboom hat ja keine Entwicklung, ist ein eigenständiges Pokémon und bei Frospino bis zu Espinodon habt ihr insgesamt also dann wieder diese 125 Bonbons, 25 normal und dann nochmal 100 extra. Das für die Entwicklung, also das ist ja in den offiziellen News auf jeden Fall schon dabei, weil jetzt einige auch gesagt haben, da gibt es eine Infografik, guck mal, da muss man sogar laufen. Das kann man jetzt ja noch dazu sagen, das steht eigentlich schon hier auch direkt bei dem Text mit dabei. Weiterhin gibt es natürlich dann die Icognito-Buchstaben, Paldea, diese befristete Forschung mit Verkuli, die war ja aber schon angekündigt in einem normalen Event, die wird es dann auch weiter da geben. Die Boni sind die gleichen, immer noch der vierfache Staub und die vierfachen EP, das ist glaube ich neu, das war bei dem anderen nicht dabei. Eine kostenpflichtige, befristete Forschung, gibt dir einen Ruck. Ihr kriegt also so eine Verkuli-Forschung kostenlos. Im Heute-Tab, weil die begrenzt ist und ihr in einem bestimmten Zeitraum abschließen müsst, man kann aber für 5 US-Dollar ein Ticket erwerben für eine zweite, befristete Forschung, die auch im Heute-Tab steht, gibt dir einen Ruck, wo es zwei Begegnungen mit Pamo gibt. Ein Pamo-Rucksack, drei Sonderbonbons, eine Brutmaschine, eine Silberne Sanana-Bären, 921 Sternenstaub und 9.210 EP. So, die könnt ihr natürlich auch wieder verschenken an eure Freunde, verschicken, wie auch immer. Dann gibt es Pokéstop-Showcases, das gibt es also mehrmals im Event, das ist sehr schön. Das sind die Pokémon, die häufiger schillernd sein können. Hopspros, Hunduster, Barmelin, Datiri, das ist die Forschung reichlich Abenteuer, wie gesagt, mit dem Starter, die ihr sowieso bekommt, dann ab heute schon, nicht erst ab Sonntag, zu den wilden Pokémon, die da erscheinen. Ihr seht, es sind immer noch die Starter gelistet, Felori, Groge, Quax, Verkuli, aber jetzt eben auch Mikrik, Pamo und mit etwas Glück auch Frospino. Also ihr könnt theoretisch alles wild bekommen, außer Adaboom. Der ist erstmal nur in Raids, das ist dann sowas wie Shadrago oder wie Tordonador. Apropos Tordonador, das könnt ihr auch hier sehen, wenn wir nämlich die Raids allgemein angucken. In Stufe 1 immer noch, also die Paldea, Ikognitos. In Raids der Stufe 3, Tordonador, Axander und Adaboom. Finde ich cool, weil viele schon wieder nach Tordonador gefragt, haben letztens auch einer gefragt, ob Axander gerade im Raid ist. Ab Sonntag, ab Sonntag gibt es wieder Axander Raids. Und neu halt Adaboom, also Adaboom, Adaboom. Alle 3 nur in Raids bisher zu kriegen und alle 3 in Shiny auch verfügbar. Legendäre, beziehungsweise die Ultrabestien immer noch, Katagami, Kargoron, aber das ist dann schon gewechselt. Am Sonntag müssten wir schon Kargoron dann da haben bei uns. In den Mega Raids weiter Mega Voltenso. In den Eiern hat sich dann auch nichts getan. Ihr habt die Stade und Ferculi aus den Feldforschungen auch vermehrt. Dann Palmo, neue Avatarartikel haben wir auch vorgestellt in dem anderen Event. Und so, das finde ich auf jeden Fall cool, weil mit den kleinen Accounts würde ich auf jeden Fall auf Adaboom Jagd gehen. Wieder ein paar 3er Raids machen mit denen, die täglichen Pässe bei denen raushauen. Gucken, ob es da ein Shiny gibt, das dann rüber tauschen. Ansonsten hat man neben den ganzen Glückseinträgen, die man sich auch holen möchte, wenn man da genügend sammelt, einiges zu tun. Alle wieder als männlich, als weiblich zu registrieren, alle Formen durchzuentwickeln, alles als Lucky zu haben. Das ist cool, das bringt auf jeden Fall Schwung in die Bude. Also heute startet das normale Paldea-Event und sondert kommt dann dieses, der Hyper-Bonus Paldea hinzu mit nochmal 3 fetzigen Pokémon, die euch hier ordentlich... Das sind ja eigentlich 4, ne? Ja, 1, 2, 3, 4. Plus die Entwicklungen, also eigentlich sind es ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, sie macht, sind ja eigentlich 9. Was sind eure Ziele? Habt ihr Bock? Freut ihr euch auf die Paldea-Region? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.